Tschüss! Ja, ich kann dir das erklären, aber die schippt sich vorne in den Bügel, die drückt sich mit dem Steigkugel hinten mit dem Arsch und das ist so. Ui, die sind aber gut hier, die anderen. Das zweite ist ja gut, die erste ist ja gut. Ja, die Sonne ist ja auch gut. Man hat auch direkt gesehen, dass der falsche Fuß ist. . . . . . . . Nachgeben, nachgeben. Nachgeben, nachgeben.